Bei N.E.W. Hohexplosiv kam eine weitere Niederlage in meine kleine Serie dazu. Es läuft gerade nicht so richtig rund bei Fast & Moodle, aber wer mich kennt, weiß, dass über 16 Jahre Kampfkunst mich zu demjenigen geprägt haben, der ich heute bin. Niemand Geringeres als The Guy with the Hardest Kicks in the Business. Und jeder von euch kennt mich seit fast vier Jahren und jeder von euch weiß, dass ich nicht der Typ bin, der aufgibt, dass ich nicht der Typ bin, der nach ein paar Niederlagen hinschmeißt. Ich bin der Typ, der dranbleibt und weiterkippt und aufsteht. Bei Only the Strongest kommt die nächste Chance, mich zu beweisen. Und ich verliere nicht den Titel aus meinem Blick. Egal, wer gerade dein Champion ist, er ist in meinem Fokus. Und er will küsse meine Kicks. Nur die Stärksten kommen durch. N.E.W. Only the Strongest am Samstag, den 10. November im N.E.W. Hotspot in Hessdorf. Tickets auf new-wrestling.de Tickets auf neum-wrestling.de